und spiel gemacht habe und selber nicht mehr über die ich weiß da war was gewesen da auch nicht mehr selbst überblick haben konnte sowas hatte ich ja auch schon grad hier zb minecraft warft da sind so einige spiele okay dann lassen wir so und dann 123 dann hier noch etwas knacken zum knapp anholen hier ist auch noch etwas um man krieg mir alle außer mann beeintlich außer mann beeintlich dann kriegt man natürlich alle super haben wir schon dann kommt er hier noch so viel schrott nein 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 ach du sollst da nicht rein dann lasst ihr das eine mal etwas liegen ist vielleicht sind von aber sonst kann man ja immer ins haus rein auch klein viel macht fett kohle und auch klein bist macht kohle so heißt es irgendwie ich bin kein sprichworter mensch mein bein ist irgendwie eingefroren oder eingeschlafen gerade das knistert und zappelt und krippelt hier gerade ganz schön ja ich bin heute sehr viel aus der wohnung los geworden da bin ich auch richtig froh drüber morgen räume ich noch das zeug runter zum verschenken ins haus und klemmen die lampen ab dann ist es auch schon mal weg dass die beiden tüche weg kommen aus dem wohnzimmer die beiden verkaufstische dann ist der raum eigentlich nur noch mit sperrmüll und das was ich etwas was bei ihnen zu mitnehmen eventuell ist ja nicht sehr viel mehr so ist das kann man ja wirklich an einer hand jetzt abzählen die arbeitsfläche für hier habe ich alles da habe sogar die verbindungen schon geholt heute bei obi damit ich das drinnen habe aber ich habe so viel platz ich habe so viel platz das ist so toll ja da habe ich die verbindung hat da obi schon geholt damit man die übergänge sieht die platten habe ich ja gestern zurecht gesägt dann muss ich die werkzeugkisten auch rüberbringen oh meine mann so eine auflösung kostet ganz schön viel energie aber morgen will ich so viel wie möglich raus haben damit dann wirklich noch ganz wenig drin ist ok ist hier noch etwas da hinten war noch ein steinchen hätte ich beinahe übersehen und da kommt sogar was grünes raus ist das nicht toll und wir haben sogar wieder platz im inventar ist das nicht toll so knoblauch blumen hier blumen da ist das nicht schön so dieser knoblauch in war mehr schon von da oben das schöne schloss hier das ist ja auch richtig schön ich komme dahinter ist das super das ist ja toll dass ich dahinter kommen hier kann ich auch durchlaufen das passt das super wenn ich nicht überall hängen bleiben würde da bionale müsste wahrscheinlich auch die zeit sein und ich werde heute noch mal nach firmen gucken video firmen und so weiter dass ich mich da mal initiativ diesmal bewerben kann ich habe mich bisher immer nur auf dieser offenen stellen beworben aber jetzt will ich mich heute mal initiativ bewerben auf nicht offene stellen direkt bei den firmen als video creator und mal gucken was sich dazu entwickelt ja da muss ich mal gucken vielleicht muss ich den lebenslauf noch oder das bewerbungsanschreiben anpassen zum beispiel als ihre kraft das wirklich noch nicht ich glaube bionale kommt ich habe irgendwie trampeln gehört ja ich glaube sie kommt jetzt auf jeden fall nicht große schritte große schritte große erwachsenen schritte ja ich glaube sie kommt näher ich glaube sie kommt näher so bin ich wieder ja als kind hatte nasen aua weh ja es ist ja irgendwie was gemacht worden na ja so sind kinder mal ich höre sie gerade schreien ich glaube ich muss auch gleich wieder aufhören weil ja also deswegen bin ich froh dass das spiel von automatisch speichert spiele bei denen ich nicht automatisch speichern kann sind für mich nicht weil ich werde immer abgehalten durch das kind ja beim aufnehmen aber so ist immer die realität ok dann wollen wir mal was haben wir denn jetzt hier hier warum haben wir die eigentlich in der verkaufskiste frage ich mich naja egal nein auch die nicht ja das ist einiges ok dann erstmal die questkiste hier hier noch irgendwas quest mäßiges haben wir nicht mal gucken dann schmeißen wir das hier noch rein dann haben wir das dann lassen wir uns gleich wieder hoch teleportieren in die eisigen winde wurde in die eisigen ebene anders ausgedrückt hier karte hierhin wollen wir und dann nehmen wir die nächste region auseinander ja ich gehe mal von der seite als erstes wird es schon mal ganz gut damit personat übersicht ja ja auch da ist noch etwas da ist noch etwas ja mal wieder früchte wenn wir mal wieder keine kraft haben und dann nachschub brauchen so und auch hier ach ich bin froh wenn ich auch mal diese truhen mal auseinander bauen kann das wäre natürlich cool heiße gegenstände sammeln das ist manchmal hier echt anstrengend einige blumen bis ich gar nicht woher ich die kriegen soll ja da kann so wenn man hier noch was genau man luft einmal wunderbarer stein der markt gefunden haben ich hoffe meine kleine beruhig sich jetzt wieder ein bisschen ich war ja heute so lieb gewesen wir waren ja heute draußen bei der familie war bei verwandtschaft im garten ich bin dein vater ich mache dich ich möchte dich ich kleines ja zie ich et ich— es es es